Oh Leute herzlichen Glückwunsch an den neuen Folge Fortnite Meine zweite Runde Der macht null Farbmodus Das lädt sich gleich alles nach Hier Mit Ansagesucker Drei Auch Hぉ Machina Drei Fürs 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 sorry für die nachgrundgeräusche das ist mein freund das war klar es ist Hallo? Ja, hallo, wie geht's? Ja, krieg ich hier unten eine Benachrichtigung. Na, dass das aber online ist. Fickst doch mal meistens. Hier waren viele Benachrichtigungen. Hab ich doch gesagt, warum? Nee, ich war grad voll weg. Äh, wird vorbereitet. Also, ich bin jetzt gut im Fortnite. Was meint der mit Port? Was? Na, beim Server, was meint der mit Port? Keine Ahnung. Ich spiel ja nicht so lange, Arthanas. Also seit einem Monat, seit einer Woche. Beschickt hat mir so... Benachrichtigungen. Oh Gott. Das. Oh, wir sind ja keine Freunde, also kann ich dir das nicht schicken. Vielleicht, wenn ich Anfrage annehme. Dann noch. Entschuldigung. Tschuldigung? Ah. Die Benachrichtigungen. Benachrichtigungen. Im... Um... 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 wm... ddd so verstehe ich nicht ja hier mein server du kannst rein ja ich sehe ich gucke dir zu dass wir verbinden mit server wird hergestellt macht immer neu also du kannst mir nichts konnte ich ja gerade hier ich hab leider die wir oder nicht du kannst du abgraden auf eine neue ja aber dafür muss ich was downloaden hä wie war hier hier mach mal gesamte bildschirmübertragung an hier ich hoffe muss ich das sagen dass es anmachen soll drückt das auf x also das kleine oben was soll ich klicken das x da oben das kleine nicht da ja das steht doch auf installieren warum machst du mit plugins oh gott das kann das werden dass die könnte ich dir nicht empfehlen die plugins ok was muss ich mal auf software software ja auch hier das erste grüne das ja das als er ausgeschaltet werden also dass er das braucht wer muss das auszahlen der macht noch jetzt ja jetzt kannst du euch dort gebraucht keine plage das ist das ist das ist immer so okay das ist kostenlos ich habe auch ein server was ich mir sagen mein server zwar abgelaufen mit den anderen nicht abholen es war abgelaufen aber da funktioniert immer noch abgelaufen und geht immer noch das brauchst du nicht das ist ich bin so süß so süß so süß so süß kann es aufhören damit zu sehen okay ich nehme gerade fortkneid auf und beseitigt damit drin in aufnahmen oh hi Leute ich wusste gar nicht dass ich nicht dumm bin wenn nicht dumm nein das schreibt alle nein wenn jemand ja schreibt dann warte 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 was passiert wenn einer ja schreibt dann denke ich dann klinge ich bei ihm zu hause und verklappe ihn warum mich ich habe eine frage ja wo kann ich hier die ränge machen sollte das nachher in ein video zeigen bitte ich mache es jetzt schon privat das ist doch zu lange anstrengend du verstehst doch eben nicht die meiste bitte schnitte sieben jetzt kannst du kannst bei mir zugriff haben wenn du willst wo mache ich denn jetzt die ränge du willst du mich damit etwa jeden tag nerven sag erstmal auf dem server hast du schönes haus ja nix gut richtig rein soll ich das nachher erklären nach der fortnight runde ja willst du mir zugucken ja geht ja nicht ach kannst du ja nach das video angucken guck mal guck mal wie weit es nach hinten geht wo bleibst du warte ich muss jemanden melden bei fortnight wieso die team zusammen bei du und den gegner verbindet er ist ja mit gegner verbindet und das darf ja nur wenn man du und ist aber nicht bei solo die team zusammen und das verboten da kann man gebannt werden ja ja